Rampel. Wow. Ah, jetzt sind wir wieder unten. Kann ich das abkürzen? Den Weg? Ja, kann ich. Okay, gut. Dann sind wir ja wieder hier. Und können die zweite Tür durchschreiben. Äh, der Schlüssel zur Kanonisation. Genau. Und in die Tür. Ah, schon wieder. Es bleibt bei Metroidvania. Jetzt müssen wir... Ah, endlich frische Luft, sagt die Tute. Hm, ich kann sogar Kuchen riechen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass ich kaum etwas gegessen habe, seit wir zu diesem Spaziergang aufgebrochen sind. Dieser Duft nach Gebäck lässt mir den Magen knurren, Meta. Seid ihr etwa nicht hungrig? Doch, wunderbar. Dann lass uns einen Gast aufsuchen. Ich könnte ein ganzes Schwein verspalten. Der Otis meldet sich auch zu Wort. Auch mir wäre nach einer kleinen Rast zumute. Aber wir verhalten uns besser unauffällig. Die Stadttore sind wegen des Krieges geschlossen. Wir bedürfen eines Plans, um uns aus dieser misslichen Lage zu befreien. Ein Gasthof wäre gewiss der richtige Ort, um Informationen zu sammeln. Mit jeder vergehenden Stunde schwebt mein Volk in größer Gefahr. Das wäre alles entschieden. Wir gehen essen. Der Körper verlangt nach Stärkung für den Kampf. Könnt ihr nicht einfach sagen, ihr habt Hunger, Otis? Ich, ich, ich habe Hunger. Seht ihr, es geht doch. Ihr müsst euch eure Gefühle nur eingestehen und schon lebt es sich leichter. Wenn wir dieses Abenteuer zusammen bestehen wollen, müssen wir aufrichtig zueinander sein. Stimmt's, Meta? Punkt, Punkt, Punkt. Auf geht's. Die Tüte redet viel. Ich, ich habe Hunger, Solid Snail. Lasst uns unsere Kräfte sammeln und nach Informationen suchen. Das heißt, wir brauchen aber eigentlich auch einen Schlüssel, oder? Um dann unten in der Kanalisation weiterzukommen. Ich weiß, wir haben wenig Geld, aber meine Mami arbeitet hart, damit sie es sich leisten kann, mich zu den Kämpfen im Kolosseum mitzunehmen. Meine Mami ist total cool. Wer ist euer Lieblingskämpfer? Solid Snail natürlich, oder? Also was geht über Solid Snail? Ich habe solche Angst vor Otis, dem Exterminator. Manchmal habe ich sogar Albträume von ihm. Aber sagt das nicht meiner Mami, ja? Dann würde sie mich nie mehr ins Kolosseum mitnehmen. Oh Gott, ja, Otis ist aber auch gruselig, ne? Das Bad. Mein Kleiner liebt das Kolosseum über alles. Ich wünschte nur, er würde sich mehr für die praktischen Dinge im Leben interessieren. Wie Hausarbeit, Kochen und seinen Lebensunterhalt zum Beispiel. Aber das wird er noch früh genug lernen, wenn er erwachsen ist. Vorerst sollen ihm seine Träume vergönnt bleiben. Otis verschreckt kleine Kinder. So will ich das hören, sagt er auch noch. Hier, komm mal her. Seit Beginn des Krieges hängen mein Bruder böse Gedanken. Ich bin sicher, dass diese verdammten Zauberer hinter all dem stecken. Warum nur hat der Kaiser sie gegen die Dämonen ins Feld geschickt? Oberst Dalkin und unsere Soldaten werden gewiss alleine mit ihnen fertig geworden. Hm, vielleicht sollten sie gleich auch die Leutnants abkommandieren, wo wir schon mal dabei sind. Schaks, ich mach das sogar beruflich. Okay, ein paar schöne Betten, schön warm und weich. Ich habe vier irgendwas gefunden. Ist es leer? 4G war das, ne? GG. Das Leben ist ohnehin schon hart genug. Und dann muss dieser Krieg ausbrechen und mir mein Geschäft ruinieren. Jedenfalls hoffe ich, dass wir hier zumindest etwas Schaden abbekommen. Schaden ist gut fürs Geschäft. Besonders meins. Hahaha. Jaja. Oh, hier ist ein Hühner. Lass uns Hühner töten. Ah, schade. Ich dachte, die werden dann hier so aggressiv wie bei Zelda. Eine Blume. Ein Herz. Boah, sind da viele Leute. Willkommen im Waisenhaus von Genua. Wir nehmen uns all den Kindern an, die ihre Eltern im Krieg und anderen Katastrophen verloren haben. Das erfordert pausenlosen Einsatz jeden Tag, jede Stunde. Und leider auch jede Sekunde. Sollen wir? Der Otis wird doch bestimmt sich allen Waisenkindern annehmen, oder? Ich ruhe mich nur kurz aus. Oh, ich hoffe, sie lassen mich in Ruhe. Jaja, die Gedanken, ne? Ich ruhe mich nur aus. Oh, bitte Kinder, bitte. Sprech mich nicht an. Lass mich in Ruhe. Das könnte auch ich sein. Okay, nehmen wir mal hier. Mir ist langweilig. Wollt ihr ein Spiel spielen? Ich habe Hunger. Wann essen wir endlich? Ich glaube, ich muss gleich aufs Klo, ja. Geht doch. Ich bin so ein süßes Mädchen. Stimmt's? Hä? Ja? Was? Ich kann das nicht hören. Sagt, dass ich süß bin. Sagt es. Nein. Moment mal. Dafür werdet ihr böse. Komm. Ja. Das rothaarige Mädchen ist wirklich nett. Ja, ja. Fragt sie nur. Wir beiden haben solchen Spaß zusammen. Oh, hier sind wir im Shop. Ja. Nein, natürlich. Wir plündern die ganzen Läden. Schaut euch das mal an. Und keiner beschwert sich. Willkommen in Rasa's Laden. Was möchtet ihr kaufen? Tee, Zucker, Whisky, Waffen. Whisky. Whisky. Das macht 15G. Nö. Ich weiß ja noch nicht mal, wofür das ist. Chit-Chat. Was heißt das? Chit-Chat. Keine Ahnung, was das für ein Erfolg sein soll. Tee. Das macht 25G. Tee macht 25G. Sei kein Dieb. Wie teuer ist Zucker? Auch 15. Waffen. Sämtliche Waffen und Rüstungsteile wurden für den Krieg beschlagnahmt. Schaut wieder vorbei, wenn der Krieg zu Ende ist. Okay, dann gucke ich da nochmal. Ich weiß nicht, warum Otis sich jetzt heraufbeschworen hat. Ich schiebe Wache vor dem Gefängnis. Scheinbar ist ein Gefangener geflogen. Die Leutnants regen sich unglaublich auf. Nur gut, dass ich kein Leutnant bin. Diese ganzen Verantwortungen. Diese ganzen Verantwortungs. Das wäre nichts für mich. Ich bin doch kein Dieb. Feini. Schau mich an. Sehe ich aus wie ein Dieb? Nein, oder? Nein. Einer der Gefangener ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Wir haben Alarm geschlagen. Alle suchen nach ihm. Wir wissen noch immer nicht, wie er einen so langen Tunnel graben konnte. Vorerst darf niemand das Gefängnis betreten oder verlassen. So lautet der Befehl der Leutnants. So ein Ärger. Ich sitze hier fest. Da habe ich eine Verabredung mit einer Kellnerin aus dem Gasthaus. Wenn ich diesen Gefangenen zu fassen kriege, werde ich ihm selbst einen hübschen Tunnel graben. Oh, oh. Wow, da sagt er noch Ja und du sagst Nun. Ey, ich glaube ich... Ich glaube ich muss beim nächsten Savepoint das Spiel mal neu starten, oder? Was ist das? Hier gibt es die Quartiere von denen. Ich soll in dieser Kiste nach der Brille des Leutnants suchen. Ja, ich sehe selbst, dass sie nicht drin ist. Aber angeblich hat er sie doch liegen gelassen. Befehl ist Befehl. Also suche ich. Tja. Hier als Zertat Dienst zu schieben ist eine Art Schnellkurs Lebenskompetenz. Danach ist man allen Schwachsinn gewappnet, den die ganze Welt zu bieten hat. Oder man verliert den Verstand. Oh, ich habe dein Herz gestohlen. So hast du dich aber nochmal gerettet, ne? Dummheit ist wie Geld. Hier wachtest du Zeugner davon. Aber sagt den Leutnants jetzt besser nicht den Gesicht. Sie können es falsch verstehen. Na wiederum. Woher sollten sie wissen, dass sie damit gemeint sind? Ich meine ja nur ein bisschen schneller lesen. Die Leutnants machen uns das Leben zur Hölle. Mitunter geben sie völlig sinnlose Befehle. Ich zum Beispiel soll hier nach einem aufziehenden Sturmausschau halten. Und zwar drinnen. Aber es ist müßig, sich doch über den Kopf zu zerbrechen. Befehl ist Befehl. Sie sind doch alle bekloppt. Soldaten haben keine besonderen Ansprüche. Aber Leutnants sind ein ganz anderes Kaliber. Wir tun das hier für Geld. Aber sie lieben ihren Job. Völlig verrückt, oder? Aber sag das bloß nicht weiter. Sonst bekomme ich Probleme der Stufe 99. Oh. In Kriegszeiten ist der Zugang zu den Außenmauern gesperrt. Sogar die Tauben müssen sich anderswo erleichtern. Jedenfalls versuchen die Leutnants ihnen das beizubringen. Dabei können wir ihnen nur viel Glück wünschen. Dummheit ist wie Geld. Je mehr man hat, desto zeigt man davon. Aber was sagt den Leutnants das besser nichts ins Gesicht? Ja genau, ja. Das kennen wir schon. Den haben wir ja schon gesprochen. Ich bin ins Militär eingetreten, um Oberst Dalkin zu folgen. Er ist mein Held. Ein echter Soldat, den alle Truppen lieben. Nur schade, dass die Armee in Genua von solchen Ideen, äh, solchen Depp, äh, Schmeide, den Leutnants angeführt wird. Was eine trockene Reaktion. Tja. Die andere gibt's live. Hallo Grazfeld. Toter Mitschreiter. Ich würde sogar durchschauen. Lang lebe das Kaiserreich. Lang lebe Kaiser-Lothair. Kennt ihr Professor Giro? Er ist der größte Erfinder, den das Kaiserreich je gesehen hat. Gerüchten zur Folge betreibt er irgendwo in den Bergen ein Geheimnislabor. Oh, ne alte. Ich glaube nicht, dass unser geliebter Kaiser wirklich einen Krieg gegen die Dämonen anzetten wollte. Schließlich stand er auf gutem Fuß mit ihnen. Warum also dieser Krieg und warum gerade jetzt? In das Inn gehe ich als letztes, ja. Zauberer. Zauberer. Diese Tür ist verschlossen. Perfekt. Verflixt. Die Zauberer haben schon wieder die Bibliothek in Beschlag genommen. Seit sie in der Stadt eingezogen sind, kommt man kaum noch hinein. Ich frage mich, wonach sie suchen, denke ich mal. Jedenfalls kann ich die nächste Folge der Abenteuerserie um die Piratenrobots immer noch nicht lesen. Grazfeld, wie geht's dir denn? Ist bei dir auch alles gut. Mein Verlobter ist zur Mayennbrücke aufgebrochen, um diese fürchterlichen Dämonen zu bekämpfen. Ich mache mir solche Sorgen, dass wenn er ganz entstellt zurückkehrt und eine Narbe sein hübsches Gesicht verunstattet. Dann gibst du ihn trotzdem noch. Ich bin so stolz auf meinen kleinen Dalkin. Sein Sinn für Gerechtigkeit war immer schon so ausgeprägt und jetzt ist er ein wichtiger Mann. Ich hoffe nur, dass der Krieg verändert... Der Krieg verändert ihn nicht und dass er immer mein süßer kleiner Junge bleiben wird. Naja, ich bin da schon ihm begegnet. So nett ist er ja gar nicht. Ein W? Was bedeutet... Was könnte das W denn bedeuten? Achso, muss, muss... Werdet Millionär, spielt und gewinnt. Geöffnet von 22 Uhr bis 4 Uhr. Ich habe hier gar keine Uhranzeige. Meine Hühner sind ausgebürgst und streunen jetzt in der ganzen Stadt herum. Was? Ihr wollt mir helfen, sie einzufangen? Ja. Kommt nicht in Frage. Beim letzten Mal habe ich das so einem grünen, gewandeten Jungspund überlassen, der nichts als Schabernack im Sinn hatte. Das war dann wohl Link, ne? Er hat meine Hühner sogar als Flughilfe missbraucht. So ein Unfug. Wirklich. Meine armen Hühner waren wochenlang völlig traumatisiert. Lieber kümmere ich mich selbst darum. Ja, mein Gott.